Hallo, hier ist Ronja und ich weiß, es ist mal wieder mitten in der Nacht bei mir, es ist eine ungesunde Gewohnheit geworden, es tut mir auch was für meine Nachbarn, aber wir gucken uns heute an, ich durfte nur rosa anfassen, nee, ich darf nur rosa anfassen, meine seltsame Besessenheit vom Kanal dorystory.de, ich hoffe, ihr strikt mich nicht, dorystory, bitte seid meine Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Hallo, mein Name ist Alex, ich bin Ronja, ich bin 22 Jahre alt, ich habe eine, ich bin einfach besessen davon, lass mich raten, es ist pink, in die Kommentare, was ist Ihre Lieblingsfarbe, es ist pink, übrigens, der Titel, da hat Google Übersetzer auch ganze Arbeit geleistet, ich darf nur rosa anfassen, close, aufgrund meines Outfits ist es klar, dass diese Farbe rosa ist, ich wusste es, das würde dich schockieren, Aber ich bin schon seit sieben Jahren verrückt nach dieser Farbe, seitdem sie 20 ist, habe ich gerade selber gerechnet, Kleidung, Haare, Nägel, also junge Dame, ich will jetzt, ich will jetzt ja nicht zu nahe treten, aber diese Nägel sind lila, Kontaktlinsen, aber es war nicht nur auf mein Aussehen beschränkt, das ist ja freaky, ich bin noch weitergegangen, ich habe ein rosafarbenes Haus, ein rosafarbenes Auto, Das ist auch lila, was? Keine Sorge, ich male sie nur mit einer natürlichen rote Beetefarbe an, man sagt, ich sei verrückt, dass ich eine psychische Störung habe, Hast du auch? Ja, vielleicht ist das der Fall, aber ich denke, so einfach ist das nicht, sehe dir dieses Bild an, was glaubst du, wer dieser süße Junge ist? Du, du bist der süße Junge, du warst mal dein Junge und jetzt bist du eine Frau und versuchst zu überkompensieren. Da, Problem erkannt, Problem gebannt. Darf ich nur mal anmerken, ja, ich, ne, kleiner Detektiv. Hier, ganz kurz, kleiner Shot von mir für euch. Was hat sie da für ein Kleid an? Ist das Kleid, äh, ist das, ist das rosa? Oder ist das Kleid blau? Sehe dir dieses Bild an. Und dann zeigt sie uns das Bild, es ist die gleiche Person wohlgemerkt. Was glaubst du, wer dieser süße Junge ist? Und achtung gleich, sieht man ihr Kleid und ist wieder rosa. Es hat eine Farbtransformation vorgenommen. Ist mir nur aufgefallen, wollte ich nur mit euch teilen. Gern geschehen. Bin ich. Wusste ich. Nein, ich habe nicht das Geschlecht gewechselt. Oh, das wusste ich nicht. Es ist nur, dass beim Ultraschall damals ein Fehler gemacht wurde. Siehst du, äh, als meine Eltern auf mich warteten, hatten die Ärzte gesagt, dass ein Junge geboren werden würde. Meine Eltern bereiteten sich also auf einen Sohn vor. Sie renovierten das Babyzimmer für einen Jungen. Ah. Spielzeug für Jungen. Und stell dir vor, wie schockiert sie waren, als ein Mädchen geboren wurde. Ja, gut. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass sie sich nicht damit abfinden konnten, gaben sie mir sogar ein Geschlechtsneut. Oh. Oh, straight up. Einfach nur so, ja, sorry, Mann. Wir waren echt nicht auf ein Mädel vorbereitet. So, die Zimmereinrichtung ändern wir nicht. Ist ja auch Quatsch. Ich meine, ein Mädchen kann genauso gut mit einem Ball spielen oder ein Mobilé haben. Und eine, also, eine Wand mit Himmeln, Monden und Herzen finde ich jetzt auch nicht unbedingt sehr, äh, ne, Geschlechter-assuming. Meinetwegen. Aber das Kind dann einfach straight up Alex zu nennen, ist Eltern. Why? Ja, das ist fair. Das ist fair. Also bin ich mit Jung-Sachen aufgewachsen. Dann wurden zwei weitere Jungen geboren. Meine Brüder und meine Eltern hörten völlig auf, sich darum zu kümmern, was ich bekam. Ehrlich gesagt störte es mich nicht. Ich hatte sogar einen kurzen Haarschnitt. Okay. Hatte ich auch. Okay. Das Einzige, was ich nicht mochte, war zu hören, dass ich wie ein Junge aussehe. Es gab Gerüchte, dass ich auf Mädchen stehe. Aber das war nicht der Fall. Fun Fact, das gab es bei mir auch. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Ich habe das irgendwann von einem Kumpel gehört. Ein Jahr später, nachdem ich aus der Schule raus war. Und dann kam nur so, Ronja, wie jetzt? Wer hat denn das erzählt? Das wollte ich nur mal anmerken, ja? Ich kann sehr relaten zu Alex. Ich kann, also, ne? Viele Ähnlichkeiten sehen hier zwischen ihr und mir. Dann gab es eine Sache, die mein Leben komplett veränderte. Als ich mich an der Universität bewarb, gab es einen technischen Fehler. Und der Computer, der uns in verschiedene Wohnheime trennte, nahm meinen Namen als Männchen. Technische Störung. Mich versehentlich zu den Jungen gesteckt. Ich war so verletzt davon. Aber dann tauchte mein Nachbar auf. Und alles änderte sich. Er war so schön. Blond mit grünen Augen. Und muskulösem Körper. Sein Name war Eric. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich so verliebt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Aber er merkte nichts davon. Mehr noch, er zweifelte nie daran, dass ich ein Mann war. Und das war noch verletzender. Wir lebten drei Tage lang im selben Zimmer. Alter, wenn dich das so stört, dann lass dir doch deine Haare weichen. Das war das bestreitendste, das war das unschrecklichsten drei Tage. Auf der einen Seite konnte ich ihn stundenlang bewundern. Und auf der anderen konnte ich nichts anderes tun. Kein Kuchen essen? Nicht zum Sport gehen? Nicht bügeln? Und nichts für die Uni lernen? Klar. Das erschließt sich mir natürlich direkt, warum das nicht. Ich konnte neben ihm nicht einschlafen. Dann bemerkten sie den Fehler. Oh nein! Und ich wurde in das Mädchenwohnheim verlegt. Aber ich konnte meine neue Bekanntschaft nicht vergessen. Nachdem ich eine Woche lang versucht hatte, dieses seltsame Gefühl loszuwerden, das durch Eric ausgelöst worden war, verstand ich, dass ich bei ihm sein wollte. Und so begann ich zu handeln. Ich traf die feste Entschuldigung. Hat die da einen Bart? Warte mal ganz kurz. Ich bin meinem kleinen Detektivauge. Ah nee, das sind nur Schatten. Okay, als sie gelaufen ist, war das, als ob die straight up einen Bart hat. Okay. So begann ich zu handeln. Ich traf die feste Entscheidung, ein rosa Mädchen zu werden. Und sein Herz zu erobern. Ich stand vor einer echten Prüfung. Es stellte sich heraus, dass es nicht ganz so einfach ist, weiblich und attraktiv zu sein. Aber eines wusste ich sicher. Um allen unverhohlen zu zeigen, dass ich ein Mädchen bin, muss ich mich rosa bleiben. Mädchen! Ich bin ein Mädchen! Denn das ist die Farbe der Romantik, der Weiblichkeit und der Zärtlichkeit. Okay. Fun Fact. Was ist, wenn ich jetzt mal wirklich einfach google? Farbe der Romantik, Farbe der Weiblichkeit und Farbe der, weiß ich nicht, Sanftheit. Farbe der Weiblichkeit. Erstes Suchergebnis. Silber. Nächstes. Farbe der Romantik. Die Farbe Blau. Almin! Farbe der Weiblichkeit. Äh, Sanftheit hatte sie recht. Ja, den gebe ich ihr. Den Punkt kann ich ihr lassen. Aber, also, ne? Ich kaufte schöne rosa Kleider und begann mit meinem Plan. Erik dazu bringen, sich in mich zu verlieben. Ich werbte mein Haar rosa und begann es wachsen zu lassen. Als Person, die auch mal rosa Haare hatte, nichts schreckt Leute mehr ab als pinke Haare. Dann denken die, du bist aus dem Kindergarten ausgebrochen. Oder, noch schlimmer, du bist sehr alternativ in deinen Ansichten. Also, ich hab, also, ne? Auch von meinen Freunden, ich hab hauptsächlich männliche Freunde, hab ich nicht viel Gutes zu meinen pinken Haaren gehört. Wirklich. Also, das Einzige, was mal gesagt wurde, ist, das sind ganz schöne YouTuber Haare und das war nicht positiv gemeint. Also, ich glaub, die wenigsten stehen tatsächlich auf pinke Haare. Jeden Tag trug ich so viel rosa wie möglich und lief an den Schlafräumen der Jungs vorbei. Ich wusste, dass wir morgens aufstehen, da wir im selben Zimmer wohnten. Aber er bemerkte mich bei seinen Läufen nicht. Ich verlor nicht den Mut und beschloss nach jeder Stunde auf ihn zu warten, damit er mich endlich bemerken würde. Ganz creepy oder so. Erik ahnte nicht einmal, dass der Typ aus seinem Zimmer ich war. Wie auch? Ich verstand nicht, wie ich seine Aufmerksamkeit gewinnen konnte. Aber dann hatte ich die Idee. Ich musste wie ein Kerl denken, nicht wie ein Mädchen. Ich dachte darüber nach, was würden meine Brüder wollen. Ich musste ihn beeindrucken. Ich dachte darüber nach, wie Erik, wie alle coolen Jungs von der Universität Rugby spielte. Ich verschloss mich als Die ultimative Rugby-Geste, by the way. Was? Das ist der Schweigefuchs aus dem Unterricht, Jungs. Wie jetzt Rugby? Was? Und da ich immer in guter Form war, haben sie mich direkt genommen. Die Cheerleader-Uniform war gelb. Aber ich hatte Glück. Sie war für das Tränen nicht zwingend vorgeschrieben. Krise. Ja, das ist natürlich, da kann ich leider nicht weitreten. Wenn die Cheerleader-Uniform gelb ist, die sehen leider auch gar nicht weiblich aus. Da ist, zum Glück hat sie ihre pinken Sachen dabei. So ein Glück. Ruck ich rosa. Als ich eine Uniform für die Aufführung bekam, nahm ich sie zu einer Nähstube mit und war zu, die gleiche zu nähen. Und das eben nur in rosa. Natürlich endete dies als Überraschung für unseren Ausbilder. Wer tut das? Aber da ich eine der Besten war, bekam ich die Chance, aufzutreten. Und das habe ich wohl wirklich, wirklich gut gemacht. Alle applaudierten, aber ich machte mir nur um eines Sorgen. Du siehst aus wie ein großes Bonbon. Macht dir darüber mal Gedanken. Das kann ja nicht sein. Rote Augenbrauen, äh, pinke Augenbrauen? Kontaktlinsen in Pink? Wisst ihr, wie creepy das aussieht? Ich hatte mal rote Kontaktlinsen für Halloween. Ich hatte richtig Angst vor mir selber. Pink, überleg mal, wie verrückt das aussehen muss. Nach dem Spiel kam er am Ende nicht zu mir. Aber dafür kam mein Trainer zu mir und sagte mir, er würde mich aus der Mannschaft schmeißen. Ich war völlig verzweifelt. Am nächsten Tag hinterließ jemand unter meiner Tür einen rosa Brief mit der Aufschrift für das rosa Mädchen. Es war eine Einladung zu einem Date von Erik. Von Erik! Jackpot! All die Jahre als Junge und im Gespräch mit den Jungs waren nicht umsonst. Ich wusste, dass ich ihm doch gefallen würde und wir fingen anzudenken. Was glaubst du, was dann passierte? Wir dateten für zwei Jahre und dann machte er mir einen Antrag. Holy, das ist echt früh. Und als wir in den Himmel aufstiegen, schenkte er mir einen Ring mit einem schönen rosa Zirconiakubus. Wir flogen gemeinsam in den Sonnenuntergang. Der ganze Himmel war in verschiedenen Rosatönen gefärbt. Sicher? Und es war wunderschön. Zu Ehren dieses Tages ließ ich mir auf den Arm einen großen rosa Heißluftballon tätowieren und das Datum eintragen. Junge Dame! Nein! Körper-Tattoos mit irgendwelchen Leuten zu machen, mit denen du nicht aktiv verwandt bist, ist immer eine dumme Idee. Schreibt es euch mit. Körper-Tattoos mit irgendwelchen Leuten zu machen, mit denen du nicht aktiv verwandt bist, ist immer eine dumme Idee. Was? Das machst du für deine Kinder maximal, deine Eltern noch und dann sonst, oder Geschwister, meinetwegen, aber sonst noch nicht. Dann trennst du dich und dann hast du da so ein Tattoo mit einem Datum stehen. Am besten doch Erik in Schnörkelschrift, Frau. Ich meine, bist du denn des Wahnsinns? Denk darüber mal nach. Da haben sie auch einfach keinen Bock mehr gehabt zu übersetzen. Darf ich nur mal anmerken. Also, ist Erik ein guter Künstler? Nein. Sieht sie aus wie ein Faultier. Ne, wie heißt das? Wie heißen die Viecher? Murmeltier. Murmeltier. Sieht aus wie ein Murmeltier. Was ist denn das für ein Gebiss? Okay, sorry. Das musste raus. Ein süßes rosa Mädchen. Hm. Er fand auch, dass Pink mich wirklich süß aussehen lief. Aber in Wirklichkeit hatte ich einfach nur Glück mit ihm. Denn für ihn war Kleidung nie wirklich wichtig. Hm. Ich war immer schön für ihn. Egal, welche Farbe ich anzog. Selbst in dem hässlichen Dankleid. Ich bat ihn, unser Haus in rosa zu streichen. Und Erik tat es. Alter. Ich bat ihn, ein rosa Auto zu kaufen. Und Erik kaufte eins. Ich bat ihn, unser Badezimmer rosa zu gestalten. Und Erik tat es auch. Erik ist rich, Mann. Let's go. Ich bin an, den Hund anzumalen. Das fand Erik etwas komisch. Einfach nur dieser Satz. Einfach nur dieser Satz ohne Kontext. Ich fing an, den Hund anzumalen. Das fand Erik etwas komisch. Wir tun so was. Erik sah, dass ich ihm pinkfarbene Socken und Unterwäsche gekauft hatte. Jetzt ihm auch noch. Plötzlich verstand er, dass meine Garderobe Haus und Hund mir nicht genügte. Und ich beschloss, ihn zu meinen rosa Jungen zu machen. Aber warum? Ich meine, ich kann nicht sagen, dass das falsch war. Doch. Ich wollte eigentlich, dass er mehr rosa Sachen hatte. Aber warum? Erik sagte, er mache sich Sorgen um mich und bot mir an, zu einem Therapeuten zu gehen. Gut. Ich lehnte ab. Go Erik. Ich habe nicht verstanden, wie die Liebe zu einer Farbe mir schaden kann. Eines Abends beschloss ich, Erik sein Lieblingsessen zu kochen. Hühnchen mit Kartoffeln. Ich machte sowohl das Hähnchen als auch die Kartoffeln rosa. Erik hat es nicht gegessen. Er sagte, er könne meinen Wahn nicht ertragen und... Wer malt denn sein Essen pink? Alex, du hast ein Problem. Geh zum Psychologen. Sie hätte sich scheiden lassen. Die Farbe, die uns zusammengebracht hatte, hätte unsere Ehe zerstören können. Oh. Das war erst der Anfang vom Ende. Aber dann habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Erik war glücklich und beschloss zu bleiben. Okay. Unsere Beziehung bekam frischen Wind, aber ich wurde meine Besessenheit nicht los. Da ich zudem sicher war, dass wir eine Tochter bekommen würden, begann ich rosa Kleider zu kaufen. Aber... Es war ein Junge. Das wirst du mir nicht glauben. Einige Zeit später erfuhren wir, dass wir doch einen Sohn bekommen. You don't say. Aber ich war entsetzt. Nein, ich bin glücklich, egal welches Geschlecht das Kind hat. Aber das kann doch nichts sein. Ich hatte so viel getan, um mich auf eine Tochter vorzubereiten. Ich will den Fehler meiner Eltern nicht wiederholen, einen Jungen mit Mädchensachen aufzuziehen. Der Grund für meine Besessenheit hängt wahrscheinlich mit meiner Kindheit zusammen. Das hat doch damit nichts zu tun. Du kannst doch... Also, ob du jetzt Mäntel bist und einfach... Also, deine Hundrosa anmalst, hat doch nichts damit zu tun, dass du als Kind einen Ball und... ne... ne... blaue Decke hattest. Alex! Wieso? Wieso? Diese Geschichten, die fangen immer normal an und dann... dann checken sie immer einen Turn und dann sind sie komplett anders und dann machen sie einfach nur Quatsch. Ich zu, dass mein Kind auch ein Opfer apathischer Eltern wird. Aber welche Farbe passt zu jung? Blau? Grün? Andere Farben gehen doch gar nicht. Gelb? Was soll ich... Lila? Orange? Grau? Schwarz? Weiß? Kaki? Keine Ahnung. Andere Farben gibt es ja zum Glück nicht. Ey. Es ist wie es ist. Wenn ihr noch mehr solche Videos schauen möchtet, dann verlinke ich euch in der Endkarte nochmal die Playlist. Das ist eine ganze Playlist mit nur so echt passiert Geschichten. Da könnt ihr euch gerne durchgucken, wenn euch sowas gefällt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und... Achso, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wie dieses. Oder auch andere. Es ist hier Variety auf dem Kanal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.